So, wir gucken uns heute mal ein Video von Gerald Hörhahn aka der Investmentpunk an. Wie du deine erste Wohnung kaufst ohne Vorwissen. Los geht's. Und da hat man verschiedenste Dinge gezeigt, wo die Bahnlinie gebaut wird und wo es vielleicht statische Probleme gibt. Wo die Prostitution stattfindet, wo die Drogenumschlagplätze der Stadt sind. Hallo Leute! In dieser Folge geht es darum, was ich tun würde, wenn ich heute wieder von Null in der Immobilienbranche beginnen würde. Ich würde auch heute, wenn ich von Null beginnen würde, wieder die Strategie der hässlichen kleinen Löcher verfolgen. Denn eines ist ganz klar, kleine Wohnungen und ich... Ja, der Gerald Hörhahn ist immer größter Fan von hässlichen kleinen Löchern. Was meint er damit? Relativ kleine Wohnungen, wo halt Entwicklungspotenzial ist, die halt eben renovierungsbedürftig sind und wirklich günstig zu erwerben sind. Kleine Wohnungen meine ich durchaus Wohnungen. Einzimmerwohnungen mit 30, vielleicht 25, vielleicht 22 Quadratmeter, je kleiner desto besser, haben einige Vorteile. Du hast am Anfang, einerseits brauchst du mal nicht so viel Geld, um überhaupt mal einzusteigen. Ja, da hat er natürlich recht. Kaufnebenkosten sind natürlich bei so einer kleinen Einzimmerwohnung, ja, nochmal erheblich günstiger, weil in NRW 6,5% Grunderwerbsteuer, 2% Notar- und Grundbuchkosten und gegebenenfalls noch 3,57% Maklerprovision. Da kommt schon dann einiges zusammen und gerade wenn man sein erstes Investment startet, kann das definitiv schon von Vorteil sein, erstmal was Kleineres in Angriff zu nehmen, was man dann vor allen Dingen auch zur jetzigen Zeit sehr, sehr gut vermietet bekommt, weil gerade Single-Wohnungen sind natürlich aktuell sehr gefragt. Das heißt, du brauchst, wenn du anfängst, vielleicht 10, 15, 20, 25.000 Euro Eigenkapital, was leichter zu verdienen ist, als wenn du sagst, wenn du in das Immobiliengeschäft einsteigst, du brauchst mal 100.000 Euro Eigenkapital. 20, 25.000 Euro kann man sich doch, nennen wir es mal, wenn man fleißig ist und nennen wir es mal, auch versteht, dass vielleicht 40 Stunden pro Woche eher ein Teilzeitjob als ein Fulltimejob ist und nennen wir es mal gewisse Fähigkeiten, und vor allen Dingen ist es natürlich für viele auch greifbarer als erstes Investment, als wenn man jetzt direkt eine große Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus für, weiß ich nicht, über 250, halbe Millionen oder sonst was kauft. ... die gut bezahlt werden, kann man sich relativ rasch verdienen. Wenn du sagst, ich brauche 100.000 oder 200.000, ist es deutlich schwieriger. Das heißt, ich will am Anfang genau mit dieser Strategie wieder beginnen und diese kleinen hässlichen Löcher haben eben auch den Vorteil, dass die Mietrendite, das heißt, das Verhältnis Miete zum Kaufpreis deutlich attraktiver ist als bei größeren Wohnungen, dass, nennen wir es mal, die Vermietbarkeit lechter ist, also du findest schneller einen Mieter als bei großen Wohnungen und dass insgesamt, nennen wir es mal, vor allem für den Anfang das bessere und auch risikoärmere Geschäft ist und dass du hier sicherlich einen guten Einstieg ins Immobiliengeschäft hast. Ja, vor allen Dingen, also lässt sich extrem gut vermieten. Wie schon eben gesagt, Single-Wohnungen sind extrem gefragt. Vor allen Dingen, was sich dort halt auch eben anbietet, ist halt inklusive einer Küche zu vermieten, weil man sich dann letzten Endes vom Mietspiegel abheben darf. Ja, das ist natürlich auch total gefragt. Viele sind froh, wenn sie eine Küche schon drin haben oder ein teilmobiertes Apartment lässt sich auch total gut vermieten. Und dadurch kann man natürlich höhere Mieteinnahmen erzielen, wodurch dann eine dementsprechend gute Rendite auch erzielbar ist. Jetzt mal meine To-Do-Listen. Aber das Erste wäre mal, ich muss mal ein Geld verdienen. Also wenn ich gar kein Geld habe, wäre mir trotzdem schwerfallen, wären wir es mal hier... Von nichts kommt nichts. Fuß zu fassen am Ende... Und ohne Moos, nichts los. Brauche ich mal ein Geld. Wenn du Unternehmer bist, dann würdest du natürlich das Geld in der Firma lassen oder über eine Holding das machen. Wenn deine Firma riskante Geschäfte hat, wenn du das Geld privat verdienst, würdest du natürlich eher die Immobilien dann bereits privat kaufen. Je nachdem, nennen wir es mal, wie auch deine Steuerstruktur ist. Aber das ist mal der Beginn. Das Zweite ist, dass du mal, bevor du Immobilien kaufst, musst du mal darüber was lernen. Das heißt, ich würde am Anfang sicherlich ein oder zwei Immobilienseminare besuchen und auch mir Online-Kurse anschauen. Ja, also ich würde auch ganz klar empfehlen, um das Ganze nicht viel zu kompliziert zu machen, auf jeden Fall erst mal privat zu kaufen, gewerblich für den Bestand zu kaufen, also sprich zur Vermietung zu kaufen. Da sind steuerlich nochmal ganz andere Bedingungen und das gestaltet sich natürlich etwas komplexer, als wenn man seine ersten Wohnungen einfach mal privat kauft, wo man dann einfach auch ganz einfach den Vorteil hat, dass man zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch, wer weiß, ob sich das nochmal irgendwann ändert, nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen kann. Beispielsweise wie bei der Western Bank Academy bieten natürlich auch solche Kurse an, sowohl auch Seminare als auch Online-Kurse. Und ich würde mir einfach vielleicht von ein bis zwei Anbietern mal diese Dinge anschauen, damit ich mal lerne, so das Grundrüstzeug, dass ich mal ein paar Checklisten habe, ein paar Ideen, worauf ich achten muss und dass ich vor allem, wenn ich beginne, nicht so viel Deppensteuer bezahle. Weil wenn du, nennen wir es mal, von Leuten lernst, die schon im Immobiliengeschäft tätig sind, dann vermeidest du einfach am Anfang Anfängerfehler, die selbst bei einer kleinen Wohnung schnell mal 5, 10 oder auch 20.000 Euro ausmachen können, wenn du dich einfach nicht auskennst. Weil wenn du noch keine Ahnung hast von einer Statik und noch nicht... Ja genau, das ist es eben. Man hat ja vollkommen recht. Man braucht ganz einfach ein gewisses Basiswissen, weil es sind so viele Komponenten, die zusammenfließen. Einerseits das Bautechnische, das Rechtliche mit den Objektunterlagen an sich, dass da natürlich alles einwandfrei ist und dann natürlich Thema Standortanalyse, was natürlich für das langfristige Investieren halt eben wichtig ist. Und zur Vermietbarkeit natürlich ganz klar Renditeberechnungen durchzuführen, um zu schauen, rentiert sich das Ganze überhaupt in Kombination mit meiner Finanzierung. Und das sind echt mehrere Komponenten, die da zusammenspielen müssen, um halt zu entscheiden oder um wissen zu können, ob ein Investment sich rentiert oder eben nicht. Und da hat er vollkommen recht. Bei Immobilien kann man natürlich, wenn man da Fehler macht, dann gehen die natürlich direkt ins Eingemachte. Also monetär gesehen. Wenn du in einem Keller warst und noch nie was von einem Protokoll der Eigentümerversammlung gehört hast und bei Betriebskosten dich nicht auskennst und vieles mehr, dann kann es halt mal passieren, dass dir irgendein Makel irgendeinen Scheiß antritt und du schlicht dann einfach, auch sagen wir mal bei einer Einzimmerwohnung, 20.000 Euro überzahlst und bei größeren Wohnungen potenzieren sich natürlich dann die Fehler. Und deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, am Anfang mal mit einer Ausbildung zu beginnen. Und nach dieser Ausbildung ist das Nächste natürlich, dass du, bevor du Immobilien kaufst, auch das in der Praxis ausüben musst. Das heißt, es macht Sinn, dass du mal 20, 30, 40 Wohnungen in der Stadt oder Region, wo du kaufen willst, da freuen sich natürlich die Makler, die anschaust. Dass du jetzt nicht in der Theorie eine Idee hast, nehmen wir es mal, was heißt ein Keller oder eine Fassade oder eine Raumaufteilung oder Wasserdruck oder eine Dachisolierung, sondern dass du es auch in der Praxis gesehen hast. Und je mehr du das machst, wenn du jetzt nur eine Wohnung anschaust, reicht das nicht, du brauchst einen gewissen Querschnitt. Und gleichzeitig hat das auch den Vorteil, wenn du in der Region oder der Stadt, nehmen wir es mal, dir doch eine Vielzahl von Wohnungen anschaust und auch die Stadt, wo du kaufen willst, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß abgehst, dann bekommst du auch ein Feeling, wie diese Stadt funktioniert, welche Stadtteile gut sind, welche schlecht sind, welche gut angebunden sind. Ja, also die Basics müssen einfach stimmen, wie bei allem, man muss sich einfach ein Basiswissen aneignen. Wie bei jeder Investition, investiere nur in das, was du auch wirklich verstehst, begreifst und auch, sage ich mal, in deinen eigenen Worten wiedergeben kannst. Ansonsten hat man am Ende des Tages mehr Schwierigkeiten als alles andere. Und Angst haben muss, wo am Abend leben ist, wo die Infrastruktur gut ist oder schlecht und vieles, vieles mehr. Ja, und diese Erfahrung solltest du auf jeden Fall im Immobiliengeschäft haben. Also auch ich, wenn ich heute in eine neue Region gehe und etwas kaufe, mache ich meistens sogar mit Fans von mir eine Stadtführung, wo ich dann die Stadt physisch zu Fuß abgehst und mir das genauer anhebe. Auch gut, ja, um Standort zu analysieren, klar, warum nicht. Schau, wie schaut es dort aus, welche Einkaufsmöglichkeiten gibt es, wie funktionieren die öffentlichen Verkehrsmittel, gibt es viele Bettler auf der Straße und vieles, vieles mehr. Schau mal ungefähr mal an, wie ist so, sagen wir so, das Feeling, wie... Ja, gewisse Sachen kann man natürlich wirklich nur rausfinden, wenn man wirklich mal vor Ort ist und auch wirklich mal Zeit an einem Ort verbringt, wo man investieren möchte und kriegt natürlich mal einen ganz, ganz anderen Blickwinkel darauf und einem fallen Sachen auf, als wenn man jetzt einfach nur einmal kurz durch eine Straße geht oder sich bei Google Maps was anguckt. Und das ist natürlich gerade, was, sage ich mal, das Klientel, was er schon anspricht, angeht, sollte man natürlich auch ganz klar darauf achten, weil da achten natürlich auch ganz klar Mieter drauf. Ja, ganz blöd gesagt, ja, wenn da jetzt wirklich zig Obdachlose quasi an einem gewissen Platz hängen oder Alkoholiker, ich weiß es nicht, ja, dann prägt das natürlich das Bild vor Ort und dementsprechend kann es dann auch sein, dass man seine Wohnung zum Beispiel etwas schlechter vermietet bekommt oder die Lage generell einfach nicht so angesehen ist. Wie fühlt man sich in dieser Stadt? Ja, wie lebenswert ist das? Wie ist die Luft? Ja, ist überall nur ein Stau? Oder ist die Stadt total tot? Sind 100 Geschäftslokale leer und so weiter? Man bekommt dann ein Gespür, wenn man das Ganze physisch zu Fuß abgeht und auch die Wege deiner zukünftigen Mieter geht. Und auf diese Art und Weise tust du dir auch leicht am Anfang schon mal zu entscheiden, wo du vielleicht kaufen willst oder nicht kaufen willst. Ein hilfreiches To-Do ist natürlich auch, wenn du eine lokale Person hast oder einen Bekannten, der dir die Stadt zeigt. Also ich meine, ich habe das Glück gehabt, dass ich durch meine Reichweite immer Fans gehabt habe, die mir die jeweiligen Städte gezeigt haben. Also in Stuttgart beispielsweise, wo ich da als nächstes nach Frankfurt hingegangen bin, hatte ich auch einen Fan, der hat erst das Abi gemacht, weil er, glaube ich, sitzen geblieben ist. Der hat gesagt, Gerald, ich will reich werden. Und ich habe gesagt, ich mache dir einen Deal, ich zeige dir, wie es reich wäre und du zeigst mir Stuttgart. Und nachher sind wir mit einem alten Mercedes, seiner Mutter, das war in 190, die, glaube ich, mit 70 PS, nach Stuttgart gefahren und hat mir verschiedenste Dinge gezeigt, wo die Bahnlinie gebaut wird und wo es vielleicht statische Probleme gibt, wo die Prostitution stattfindet, wo die Drogenumschlagplätze der Stadt sind, wo Stadtentwicklungsgebiete sind. Ja, das sind halt alles so Sachen, die man, wie gesagt, einfach gar nicht sieht auf den ersten Blick, wenn man einen Standort nicht kennt oder nicht gerade selber in der Stadt wohnt. Da hat er vollkommen recht. Da macht sich das total bezahlt, wenn man jemanden hat, der einem quasi eine kleine Stadtrundführung gibt und man die Stadt einfach mal so kennenlernt, wie sie auch tatsächlich ist. Wo vielleicht mal was Neues gebaut wird, ein neues Krankenhaus, eine neue Uni, wo vielleicht Firmen hinsiedeln und vieles mehr. Und auf diese Art und Weise habe ich mir sicherlich in jeder Stadt einiges an Deppensteuer erspart. Und jetzt, wo ich mir beispielsweise auch nach Mailand gehe, habe ich auch einen... Sehr, sehr guter Ausdruck. Deppensteuer. Einen von mir, der mir die Stadt zeigt und so verhindert, dass ich am Anfang zu viel Deppensteuer bezahle. Der nächste Schritt ist natürlich auch, wenn du dich mal, nennen wir es mal, gebildet hast, wenn du jetzt mal weißt, was du tust, wenn du dann dich entschieden hast, wo du kaufst, in welcher Stadt und Region und wenn du, nennen wir es mal, die 30, 40 Wohnungen besichtigt hast oder 20 Wohnungen, dass du dann, nennen wir es mal, die erste Wohnung kaufst. Um das natürlich auch zu tun, brauchst du natürlich auch ein Immobilienteam, was sich natürlich erst Schritt für Schritt zusammenstellt, aber für einige Dinge brauchst du schon am Anfang. Also mit den 20 bis 40 Besichtigungen, ich sage mal für Anfänger vielleicht ja. Für jemanden, der aus der Branche kommt, würde ich sagen nein. Man kann schon sehr viel durch aussagekräftige Bilder und durch ein aussagekräftiges Exposé, kann man schon einiges erkennen. Wenn man den Standort kennt, die Adresse hat, kann man schon einiges analysieren. Und es ist auch so, dass es dementsprechend je nach Baujahr, weiß man oftmals schon vorher, sind da jetzt Holzbalkendecken drin oder nicht. Also sprich, ist das ein typischer Altbau oder nicht? Ist das alles massiv gebaut? Ist die Fassade schon gedämmt? Ja, man kann schon einiges im Vorfeld abklären durch ein Telefonat, durch die Adresse und eben durch das Exposé. Nummer eins, da brauchst du eine Bank, die es finanziert. Das heißt, ich würde natürlich, wenn ich beginne, in der Stadt zu kaufen, auch mal mit mehreren lokalen Banken sprechen und fragen, ob sie mir beispielsweise ein hässliches, kleines Loch, also eine ein- oder zwei-Zimmerwohnung finanzieren würden. Das ist natürlich der Schritt, der im besten Falle vor den ganzen Besichtigungen stattfinden sollte, weil unter der Voraussetzung, man hat jetzt ein passendes Objekt gefunden und hat nicht vorher die Finanzierung erklärt, ist man zu den jetzigen Marktbedingungen, wenn man noch zwei, drei Wochen braucht, wahrscheinlich leider so oder so raus. Von daher, das ist das allererste, was man klären sollte, wenn man wirklich aktiv auf der Suche nach einer Immobilie ist, halt eben mit seiner Hausbank, mal mit einem Finanzierungsberater vielleicht oder bei den städtisch ansässigen Banken das Gespräch aufsuchen und halt einfach mal die Bonität prüfen beziehungsweise schauen, was für Finanzierungskonditionen man drob kriegen würde. Ja, und was vielleicht auch noch gut ist, was auch ich persönlich immer ganz gerne sehe, ist einfach ein Finanzierungszertifikat, das die Bank einem nochmal schriftlich gibt, okay, man wird zur Kaufpreissumme XY könnte man sich vorstellen zu finanzieren, sodass man halt leichter im Ankauf, leichter und schneller im Ankauf reagieren kann und ein Angebot abgeben kann eben mit diesem Käuferzertifikat. Und manche werden sagen nein und manche werden sagen vielleicht und irgendwann findest du eine Bank, die dir zusagt. Am Anfang kann es vielleicht auch Sinn machen, wenn du eine schlechtere Bonität hast und noch nicht so viel Dreckrekord, dass du dir einen Finanzierungsvermittler nimmst. Das Fans von mir haben damit am Anfang durchaus Erfolg gehabt, die waren zwar die Finanzierung oft relativ teuer, aber dafür haben sie zumindest mal die erste Wohnung finanziert bekommen und wenn mal die erste finanziert ist, dann ist die Bank oft bereit, dann auch die nächsten leichter zu finanzieren. Ja, also das kann natürlich, das kann durchaus völlig normal sein, dass man bei der ersten Finanzierung bei der einen oder anderen Bank, wenn man jetzt nicht gerade die Spitzenbonität oder Spitzenverdiener ist, dass man von der einen oder anderen Bank abgelehnt wird, was aber wirklich durchaus völlig normal sein kann, weil jede Bank hat ganz eigene Kriterien und da lautet einfach das Motto, wer sucht, der findet. Das zweite, was du natürlich brauchst, ist ein Notar, weil du musst natürlich den Kauf beurkunden und auch da ist es hilfreich, dass du einen Notar hast, der, nennen wir es mal, durchaus flexibel ist, das heißt, der auch auf deine Wünsche etwas eingeht. Der Gesetz muss ein Notar neutral sein, aber eine gewisse Flexibilität hat jeder Notar, weil du ihn ja auch bezahlst und dann... Beim Thema Notarauswahl, persönlicher Tipp, ganz einfach nach Empfehlungen fragen, gerade wenn man jetzt noch gar keine Immobilie gekauft hat, sucht jemanden, der schon mehrere Immobilien beurkundet hat, der schon Erfahrung mit einem bestimmten Notar gesammelt hat, weil da gibt es wirklich deutliche Unterschiede in der Abwicklung, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, es gibt tatsächlich den einen oder anderen Notar, wo ich persönlich gar nicht mehr hingehen würde und ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Natürlich brauchst du, wenn du mal eine Immobilie hast, brauchst du dich auch einen Steuerberater, du brauchst einen Rechtsanwalt, der auf Mietfälle spezialisiert ist, der dir also nicht 300 Euro Stundensatz verrechnet, weil dann rechnet sich das Ganze nichts an dir eben auf die Eintreibung. Okay, er geht jetzt direkt schon vom Härtefall aus, dass man irgendwie Mietausfall oder sonst was hat. Gut, klar, im Endeffekt, er hat recht, ja, man sollte immer auf den Fall der Fälle auch vorbereitet sein und bezüglich Steuerberater das so oder so von Anfang an, ganz klare Sache, weil das steuerlich zu gestalten, sollte man auf jeden Fall einem Profi überlassen, es sei denn, man ist selber der Thematik geläufig, wovon man als Immobilienanfänger jetzt einfach mal nicht von ausgehen kann. ...von Mieten, Nebenkost und Illiches spezialisiert ist, du brauchst irgendeinen Handwerker, der dir zumindest kleine Reparaturen machen kann, du brauchst natürlich dann auch, wenn du mehr und größere Immobilien kaufst, irgendwann auch einen sogenannten Immobiliengutachter, der dir in schwierigen Fällen sagen kann, okay, dort ist baulich ein Problem, Vorsicht, da ist ein Wasserader, Vorsicht, hier ist auf die Statik und Ähnliches, der dir, nennen wir es mal, wenn Dinge nicht ganz klar sind, wenn man es mal dir auch auf potenzielle Probleme hinweisen kann und dich vor großen Dummheiten, vor allem was die bauliche Substanz betrifft, entsprechend bewahren kann. Das heißt beispielsweise, wenn du noch nicht so viel Ahnung hast und da ist eine Fassade mit Ethanit, kann es sein, dass die aus Asbest ist, das kann zu Krebs führen, vor allem wenn die Fassade abbricht, das kann Sondermüll, Entsorgungskosten nach Sicht ziehen, Ähnliches, das heißt, da brauchst du jemanden, der ein gewisser sogenannte Bausachverständiger hat. Thema Asbest bin ich ja auch immer mit konfrontiert. Das ist einfach ein Baustoff, der wurde in einem gewissen Zeitraum verbaut. Ob man jetzt davon abhängig macht, in die Immobilie zu investieren oder nicht, das kommt natürlich auf den Fall an sich an. Generell ist es leider eine Sache, die gerade auch in Köln relativ oft zu finden ist. Da muss man einfach abwägen. Ja, ist das der einzige Negativpunkt, dann kann man eventuell auch drüber hinwegschauen und das einfach mit einkalkulieren, dass man eine Sonderumlage da kommt, weil, wie gesagt, das ist relativ häufig vorzufinden und war halt früher eben ein geläufiger Baustoff. Klar, dass du das Team erst Schritt für Schritt aufbaust. Also am Anfang wirst du beginnen, die Dinge selbst zu verwalten und die Unterlagen selbst zu sammeln. Aber das Team musst du dir eben Schritt für Schritt aufbauen. Auch das ist oft eine Phase von Traut und Error. Man kann online recherchieren, man kann auf Immobilienkongresse und Seminare gehen, um dort Leute kennenzulernen. Also bei meinen Immobilienseminaren sind meistens immer Steuerberater, ist meistens immer dabei, oft ein, zwei Rechtsanwälte, die auf sowas spezialisiert sind. Oft natürlich auch Handwerker, Makler und ähnliches. Und auf diese Art und Weise kannst du Leute kennenlernen und natürlich auch über Empfehlungen. Aber so baust du dir Schritt für Schritt den Team auf. Ja, der sieht es natürlich sehr, sehr langfristig, dass man wirklich mehrere Immobilien ankaufen möchte, weil da hat er natürlich recht. Dann braucht man auf kurz oder lang natürlich quasi ein komplettes Team an Kontakten, um im Fall der Fälle immer darauf schnell zugreifen zu können und vor allen Dingen auch schnell handeln zu können. Weil klar, es ist natürlich zur aktuellen Marktlage so, je nachdem, wo man kauft, muss man auch schnell handeln, gerade was den Ankauf betrifft. Und da ist man natürlich am längeren Hebel, wenn man schon die Kontakte hat und einfach schnell agieren kann. Und was du natürlich auch brauchst bei der Vermietung, wenn du am Anfang, wenn du es in der Nähe wohnst, kannst du die Vermietung natürlich auch selbst machen. Aber sonst brauchst du natürlich einen Makler, und zwar einen seriösen Makler, der dir gute Mieter in das Objekt bringt. Nicht ein Makler, der von Hand im Mund lebt und sagt, jeden x-beliebigen Mieter, der sagt, zahl in Miete, wollen in Wohnung, hinein nimmt und nach drei Monaten nichts mehr zahlen, die Wohnung verwüstet, sondern jemand, der mit dir langfristig zusammenarbeitet. Und jeder wird am Anfang hier sich die Hörner abstoßen, hier am Anfang einiges an Ärger gehabt, mit Verwaltern, mit Maklern, mit Handwerkern, alles Mögliche. Ja, bei der Mieterauswahl ist es natürlich ein extrem wichtiger Punkt, dass man da auch wirklich einen Mieter hat. Ja, ich sag mal, der auf einem gewissen sozialen Niveau ist, wo man weiß, okay, dem kann man auch vertrauen, der passt nicht nur finanziell, sondern der hat auch eine soziale Komponente, wo man sagt, das ist alles rund. Damit kann man sich, denke ich mal, von vornherein viele Probleme ersparen. Und klar, da wird er natürlich recht haben, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Makler, der sich denkt, okay, komm, der zahlt, der passt, alles andere ist mir egal, den nehme ich. Das ist natürlich ganz klar nicht seriös. Da musst du einfach durch. Das sind die Anfänger, für jeden, die man macht. Aber Schritt für Schritt, wenn er das so... Also vor allen Dingen nicht seriös, wenn es dann hinterher natürlich wiederum mit der Person zu Problemen kommt und man hätte das schon vorher ja ein wenig absehen können. Strukturiert aufbaust, kannst du dir mittelfristig am Ende finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit erschaffen. Und wenn du nicht mal mehr verdienst und halt ein bisschen mehr investieren kannst, dann kannst du auch multimillionär oder nicht mal richtig vermögend mit Immobilien werden. Ich würde sagen... Da geht er natürlich direkt eine Stufe höher. Ja, hat er natürlich mit Recht. Ja, da kann man sich einiges mit aufbauen. Die Frage ist immer, will man das? Ja, aber klar, da ist einiges möglich. Natürlich gerade aufgrund der Hebelwirkung einer vermieteten Immobilie, dadurch, dass man sich eben das Geld von der Bank holt. Da können wir auch gerne nochmal das Video einblenden, was wir jüngst aufgenommen haben zum Thema, ja, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Das Prinzip einer vermieteten Immobilie. Und genau. Auch heute auf diese Art und Weise machen, jetzt am Ende ein sequentieller Prozess, der beginnt, dass du es lernst, dann, dass du, wenn wir es mal, das in die Praxis umsetzt, indem du auf sogenanntes Trockentraining Besichtigung machst, dann, dass du eine Bank findest, das finanziert und die erste Wohnung kaufst, dir nachher dein Immobilienteam Schritt für Schritt aufbaust und dann, wenn du wieder Geld verdient hast, die nächsten Wohnungen kaufst. Und wie gesagt, small is beautiful, kaufe nach dem Rechenstift und nicht nach dem Auge. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Tipp von ihm, da wirklich mit einer kleineren Wohnung anzufangen. In der Praxis kann ich sagen, ist natürlich schwierig. Ja, es gibt jetzt auch nicht in gewissen Lagen jetzt nicht extrem viele Einzimmerwohnungen. Ja, aber vielleicht würde man dann einfach mit einer kleineren Zweizimmerwohnung anfangen, die halt in einem etwas niedrigeren Preissegment halt eben ist, um da mal einen Anfang zu finden. Abschließend kann man sagen, Top Video hat vollkommen recht mit den ganzen Basics, mit den, also dass man die Basics erstmal lernt, sich die Kontakte aufbaut, um einfach langfristig, schnell und solide ja, sich einfach einen Immobilienbestand aufzubauen und damit halt ein Vermögen aufzubauen. Zu guter Letzt, was man aber bei allem, ja, mal abgesehen davon nicht vergessen darf oder was, was ich bei vielen halt immer beobachte ist, die finden keinen Anfang. Ja, ähm, ich persönlich, ja, bin dann immer Fan von einfach mal machen. Ja, klar, man soll jetzt nicht Hals über Kopf irgendwas überstürzen, aber irgendwann muss man einen Anfang finden, irgendwann muss man mal, äh, wenn man sich mit dem Thema befasst, irgendwann muss man mal den ersten Schritt gehen. Da ist es vielleicht dann auch mal besser, nicht genau das perfekte Objekt zu kaufen, was vielleicht einen Ticken schlechtere Rendite hat, aber wo man dann wenigstens mal einen Anfang findet, sich mit der Materie befasst und dann einfach sagen kann, okay, ich habe jetzt einen Anfang gefunden und dann sind einfach die Hürden, das nächste oder das übernächste Objekt zu kaufen, dann auch nicht mehr so hoch. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ähm, das Prinzip zur vermieteten Immobilie beziehungsweise zur Kapitalanlage. Ja, wenn du das auch so siehst mit den Basics, dann schreib es doch mal in die Kommentare. Falls nicht, dann schreib es auch mal in die Kommentare, was du da vielleicht noch hinzufügen würdest und ja, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.